Also, Clementine, was hältst du von einer weiteren Sondermission? Es ist mir eine Ehre, Sir. Wir haben telefoniert wegen des Nachlasses ihrer Tante. Sie hat mir das Hotel hinterlassen? Ja, das hat sie. Ich schätze, dass ich es verkaufen werde. Wieso fahren Sie nicht hin und sehen sich das Haus mal an? Santa? Ich bin da. Höre nie auf zu glauben, denn ich glaube an dich. Hey, Mackenzie, das ist meine Chefin Jenny. Mein Dad sagt, dass sie das Hotel wieder auf Vordermann bringen und es wieder so machen, wie es mal war. Du musst Weihnachten nach London fliegen, Mackenzie. Okay, ich muss sie auflegen. Mich erwartet noch eine grässliche Weihnachtsfeier. Moment, warte. Wie bringt man jemanden dazu, etwas zu sehen, das er nicht sieht? Du musst ihm die Gelegenheit geben, es zu durchdenken und er muss selbst darauf kommen. Und wenn er das nicht hinbekommt? Dann musst du sein Licht in der Dunkelheit sein. Weißt du, Glücklichsein ist nicht das Ziel, es ist der Weg zum Glücklichsein. Fröhliche Weihnachten für alle. To me.